Ja, größtenteils Aufgabe des Vorsitzes, dafür zu sorgen, dass innerhalb der Fachschaft alle Aufgaben erfüllt werden, dass die Kommunikation vorhanden ist und größtenteils sorgen wir auch dafür, dass der Kontakt zwischen der Fachschaft und der Professoren aufrechterhalten wird. Unter anderem besuchen wir auch die Institutsratssitzung und informieren dann quasi die Fachschaft auch darüber, was dort alles so stattgefunden hat und sorgen dafür, dass innerhalb die Kommunikation auch vorhanden bleibt. Ja, ich bin im Referat Kultur. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie so eine kleine Eventmanagement-Position. Wir kümmern uns um Partys. Das fängt an, dass wir uns eine Location suchen müssen, zum Beispiel in der Hochschule oder auch in der Stadt. Wir holen uns Getränkeangebote rein, kümmern uns um die GEMA, um Schankgenehmigungen, natürlich aber auch, wer arbeitet an dem Abend, wer ist DJ, wer hilft beim Aufbau, wer hilft beim Abbau. Und ja, das muss alles reibungslos funktionieren, dass auch alle einen schönen Abend haben und dafür sind wir quasi zuständig. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für die Fachschaft, das heißt die interne und externe Kommunikation. Dazu gehört die Betreuung der Facebook-Seite. Wir wollen unsere Kommilitonen immer auf den Laufenden halten. Wir wollen unsere Veranstaltungen ankündigen. Dazu gehört dann zum Beispiel auch die Erstellung von Postern und Flyern, also auch viel Mediengestaltung. Wir machen Fotos auf den Veranstaltungen dann und beantworten auch Nachrichten, E-Mails und natürlich gehört dann auch sowas wie dieses Video dazu. Als Finanzreferentin kümmere ich mich darum, dass immer genug Geld in der Fachschaftskasse ist für die nächste Party. Das beinhaltet zum Beispiel, dass wir nach den Verkäufen das Geld zählen und auf die Bank bringen. Wir begleichen Rechnungen, also der Kassenwart und ich. Ja, und wir achten darauf, dass die Fachschaftsleute nicht zu sehr auf Kosten der Fachschaft trinken bei den Partys. Und am Ende ist das dann auch immer noch ein bisschen Papierkram. Das heißt, wir machen Kassenberichte. Das ist aber Gott sei Dank der kleinste Teil. Das meiste ist wirklich Geld verwalten, Rechnungen begleichen, Geld zählen. Ja.